Wenn einer fragt, was hältst du von Trump, dann sage ich, was genau meinst du an Trump? Es gibt Aussagen von ihm, es gibt Entscheidungen von ihm, die sind einfach nur jenseits aller Normalität und es gibt Entscheidungen, die man absolut nachvollziehen kann, die sinnvoll sind. Also was genau meinst du von ihm? Kein Mensch auf dieser Welt ist einfach nur böse oder dumm. Manche sagst, okay Mensch, da gehe ich vieles nicht mit, aber die Idee war in Ordnung. Und warum soll ich nicht bei jemandem, bei dem ich die meisten Argumente nicht mitgehe, aber wenn er was richtiges sagt, nicht sagen, ja da hast du recht. Wenn ich einen gegenüber habe, der vollkommen konträr von seinen Einschätzungen, seinen Lebensweisen und sonst was ist, wie ich das bin, wo ich sage, nein, nein, eins sehe ich anders und der sagt dann, und FC Bayern spielt gut Fußball, soll ich dann sagen, nein, das stimmt auch nicht, weil es ist von dem. Das ist doch Quatsch. Und das fehlt mir in unserem politischen Wesen.